Die Ereignisse überschlagen sich beim Moist-Drama. Ich dachte, ich berichte hier nochmal auf dem Kanal, nachdem gestern seine Ex Anis auf Instagram ausgepackt hat, in 10 Teilen und ich auf meinem DaVinci Talks Kanal schon die ersten Reactions für euch hochgeladen habe. Ich habe das für euch unten einfach angepinnt, falls ihr dort meine Videos euch ansehen wollt zu der Reaction, zu den ganzen Dingen, die dort gesagt wurden. Es waren schwere Vorwürfe von Anis, also seine Ex zu hören. Es soll eine Schwester geben, die eigentlich seine Tochter ist. Also sehr heftige Vorwürfe, auch alles sehr glaubwürdig, alles sehr strange und komisch, wie die ganze Familie dort auch von Moist auf Anis eingewirkt hat, obwohl sie ja eigentlich die Frau von ihm war und auch die beiden Kinder von ihm auf die Welt gebracht hat. Es wurde die ganze Zeit Druck auf sie ausgeübt. Sie durfte keinen Kontakt mit ihrer Familie haben, mit Freunden und wurde dort wie der letzte Mensch behandelt und das waren alles sehr, sehr schwere Vorwürfe. Wie gesagt, habe ich auf dem DaVinci Talks Kanal für euch drauf reagiert und da kommen die nächsten Tage noch mehr Videos online, wenn euch das Thema interessiert. Hier soll es jetzt erstmal um die aktuellen Geschehnisse gehen, denn ja, Moist postet wild auf Instagram und es gibt durchaus noch sehr viele Supporter, trotz allem, die zu Moist halten, aber auch sehr viele, die Anis supporten. Sie hat auch innerhalb von einem Tag gut 100.000 Follower dazubekommen. Die ganzen Reels haben mehrere 10.000 Likes. Da gab es jetzt auch den Vorwurf von Moist, dass ja San Diego das alles für sie gekauft hat, die Likes und die neuen Follower. Ich glaube das allerdings nicht, weil das Thema geht auf Twitter sehr viral, auf Instagram sehr viral, auf TikTok sehr viral und sehr viele Leute supporten sie, weil sie jetzt natürlich dort krasse Sachen auch gesagt hat und ich muss sagen, ich empfand das auch sehr glaubwürdig. Und ja, jetzt geht das allerdings so weit, dass jetzt hier auch auf Twitter ein User hat das hier gepostet, dass Moist dann folgendes hier gepostet hat, ich suche Anis und San Diego und ja, das ist ja im Prinzip schon so eine Androhung, dass es dort vielleicht zu Handgreiflichkeiten kommen könnte. Jeder, der sowas schützt, ich hoffe ihr habt auch zwei Kinder und eure Frau macht euch so, dann will ich euch sehen, ihr Punkt, Punkt, Punkt und klar kann man da auch aus der Haut fahren, wenn so emotionale Dinge ans Licht kommen, beziehungsweise die Ex von einem dort auspackt, aber ich glaube es passiert nichts komplett grundlos. Es gibt natürlich Psychopathen, die grundlos auf Leute losgehen, aber ich fand das jetzt schon recht glaubwürdig, wie sie das geschildert hat und so sehen das halt auch sehr, sehr viele Leute. Hier auch noch ein weiteres Posting, er schreibt ja jetzt auch sehr viel in Englisch, why you live one year in Osnabrück, who was there, why you didn't go your mama and took a new flat there, took our kids out of their kindergarten für San Diego. Also er fragt dann quasi auch die Fragen, die ich zum Teil auch hatte, warum ist sie nicht schon früher einfach wieder abgehauen, warum ist sie nicht so früher zu ihrer Familie. Das ist aber auch immer sehr leicht dahingesagt, wenn man jetzt sich auch reindenkt und reinführt, dass sie ja mit ihm eine Ehe nicht umsonst eingegangen ist, vielleicht auch wirklich ihn geliebt hat, zwei Kinder, die sie auch liebt und eigentlich eine vernünftige Beziehung führen wollte und dann dort einfach auch Angst hatte vor der Familie und ihm. Und vielleicht da nicht loskam aus Liebe und aus diesem Machtverhältnis heraus, beziehungsweise vielleicht auch, weil sie da vielleicht auch gar keinen Ausweg gesehen hat. Also wenn man da auch so abhängig ist, so eine Abhängigkeit und kein Geld hat, dann ist das ja auch immer leicht dahergesagt. Aber er haut hier auf jeden Fall ordentlich bei Instagram raus, es sind hunderte von Storys und hier hatte ein User dann mal die Polizei NRW im Bielefeld beauftragt, weil sich das jetzt im Bielefeld alles zutragen soll. Und da wird sich wohl drum gekümmert. Also die haben auch geantwortet mit dem Original-Account, wir kümmern uns drum, also die Polizei ist jetzt eingeschaltet und die nehmen das auch ernst. Weil wie gesagt, wenn man sich jetzt die Storys von Mois anschaut, dann wirkt das schon so, als könnte es jederzeit komplett eskalieren und komplett aus dem Ruder laufen. Und von daher würde ich auch das ganz wichtig finden, dass die Polizei schnellstmöglich sich entscheidet. Anis hatte dann auch in den letzten Stunden nochmal drauf geantwortet, auf die letzten Dinge. Hier nochmal aus der Story vor sechs Stunden. Geh so viel auf mich los, wie du willst, aber lass die Kinder da raus. Du weißt, deine Kinder sind beide bei mir und alles, was mir passiert, passiert denen auch. Durch deine Postings bringst du die Kinder mit in Gefahr, hat sie nicht Unrecht, weil keine Ahnung, was da los ist. Bei ihm aber, der scheint da wirklich total sich verloren zu haben. Also er braucht dringend psychologische Hilfe, meines Erachtens. Das ist immer schwer, aus der Ferne da durchzublicken, aber ich würde wirklich sagen, dass das mittlerweile viel zu weit geht. Die ganzen Machenschaften aus den letzten Monaten mal außen vor, aber das, was jetzt hier die letzten Tage alleine passiert ist, ich glaube, er ist nicht nur eine Gefahr für sich, sondern halt auch für andere und im schlimmsten Fall vielleicht sogar für seine Kinder hier. Und an die, die ihn daran bestärken, hört bitte auf damit, denkt mal darüber nach, bitte auch gute Äußerungen. Ich frage mich auch manchmal, was das da teilweise für Leute sind, die ihn da so blind supporten. Es ist auch sehr interessant, dass es jetzt einen Anmeldeversuch aus Ankara, Türkei gab. Jetzt könnte man drüber mußmaßen, wer steckt jetzt dahinter, wer befindet sich jetzt gerade in der Türkei, vielleicht seine Familie. Die Brüder haben ja auch ein bisschen gegen Anis geschossen, weil die Mutter mit reingezogen wurde von Meus. Und den Brüdern kann man auch ein bisschen verstehen, dass man natürlich seine Mutter auch versucht zu schützen. Man weiß ja auch nicht, ob das jetzt alles so gestimmt hat, was dort erzählt wurde von Anis oder nicht. Ich, ja und das ist jetzt nur meine Meinung, fand das schon glaubwürdig und sie hat das, finde ich, schon recht gut auch dargelegt. Wie gesagt, die ganzen Reactions sind dann auf dem Da Vinci Talks Kanal zu finden. Hier will ich einfach nochmal so die letzten Stunden mit euch bereden. Ich habe jetzt so ein bisschen Angst davor, dass das Ganze komplett eskaliert und da irgendjemand zu Schaden kommt. Und das muss dringlichst von der Polizei verhindert werden. Gut, dass die jetzt auch das ernst nehmen und sich einschalten. Ich habe mich während der Statements von Anis auch die ganze Zeit gefragt, okay, warum hat sie sich nicht früher loseisen können, aber das könnte man halt bei diesem Machtmissbrauch und dieser Abhängigkeit und auch blind vor Liebe erklären. Ihr will ich da auch gar keine Schuld geben und eher Schutz spenden, indem man jetzt auf die Sache aufmerksam macht und darüber spricht. Was ich mich aber auch gefragt habe, warum boykottiert er, also Mois, im Prinzip seinen eigenen Erfolg so sehr? Er war auf dem Olymp bei YouTube, also er war sehr gehypt, beliebt, seine Videos liefen gut, er hat viel Geld damit verdient, er hätte Firmen und Placements aufbauen können, er hätte auf Twitch weiter durchstarten können mit seinen Streams und so weiter und so fort. Er hätte seine Familie weiter unterstützen können. Sie war, glaube ich, sehr erfolgsam und eigentlich, so wie es wirkte, auch genügsam, indem sie eigentlich nur ein bisschen Kontakt mit ihrer Familie und mit ihren Freunden haben wollte und das sollte ja eigentlich normal sein. Und wenn er das jetzt einfach nicht so boykottiert hätte, zumindest wie es jetzt wirkt und seinen eigenen Erfolg so im Weg gestanden hätte, indem er sich damit und welchen dubiosen Leuten die ganze Zeit vielleicht auch eingelassen hat, dann fragt man sich halt auch, warum. Also er hätte so viel Geld machen können, er hatte so viele Supporter, hatte eine kleine Familie, hatte seine Eltern und Brüder im Hintergrund und genug Leute, die es gut mit ihm meinten, versteht man irgendwie aus der Ferne nicht. Aber wie gesagt, das ist jetzt nur die eine Seite von ihr jetzt sehr ausführlich gewesen und er kommt halt nicht so glaubwürdig momentan rüber. Am Ende wissen nur die beiden, was jetzt die Wahrheit ist und die Leute, die da wirklich auch gewohnt haben. Ich bin gespannt, was es jetzt noch für weitere Postings gibt die nächsten Tage. Ich bleibe auf jeden Fall für euch dran. Das jetzt erstmal mal wieder ein Video auf diesem Kanal hier für euch und dann gibt es in den nächsten Tagen natürlich auch weitere spannende, aktuelle Themen hier auf diesem Kanal für euch. Und lasst gerne ein kostenloses Abo da, wenn euch das gefällt. Bis dann und ciao, ciao. Hallo. Ciao.